Irgendwie Mit dem X in der Mitte Die Karte befindet sich übrigens in den Schatz, äh, in den Überlieferungen Hier, Karte des Schatzsuchers Wir müssen nämlich diesen Ort finden Und mehr wissen wir nicht Ich kann aber so viel verraten Wir waren schon einmal an diesem Ort Und diese Quest zieht sich übrigens auch Drei Akte lang Also Akt 1, Akt 2 und Akt 3 Was ich dann noch hinzufügen möchte ist Dass dabei etwas Interessantes herauskommt Bei dieser Quest Und Nachdem die Quest, äh, erledigt ist Äh, werde ich dann auch selber Kurz ein Resümee dazu abgeben Gut, ich war jetzt gerade wieder gedanklich Ganz, äh, vertieft So, ähm, wir könnten jetzt mal Waffen und Rüstungen Holen Aber ich denke mal Wir sprechen erstmal hier im Alterons Beziehungsweise nehmen erstmal Turmanar und seine Folgen Band 5 Das wird ja immer besser Wen haben wir hier? Oberster Hüter Vetril Geschichtsschreiberin Bidelia Die Zeiten werden zunehmend finsterer Doch wir Elben halten durch Wie seit ewigen Zeiten schon Ich habe viel zu tun Doch wenn ihr Fragen habt Werde ich sie beantworten Oh Gott, ja, erzählt mir die Geschichte der Elben Geschichte Amalur Mein Elbisch ist schwach Was sind die Bedeutungen einiger der üblichen Wörter? Wailudra Wailudra Waikesh Wald Waikesh Taklak Königreich der Nordlande Elbische Ägis des Todes Ja, Elbischen, äh, Melonamin war ja Freund Wie Melon War Freund Suilat War, glaube ich, äh, sei willkommen Sei gegrüßt Ihr habt zu lange unter brabbelnden Barbaren gelebt, Kind Vergesst nicht euer gesamtes Brauchtum Suilat bedeutet sei gegrüßt Und Melonamin heißt Freund Was die anderen Wörter angeht So versucht, euch an den Unterricht eurer Kindheit zu erinnern Und Scoia-Tel heißt übrigens Eichhörnchen Selepel, der Älteste Ihr seid zurück Eine traurige Heimkehr, nicht wahr, Kind Ist der junge Dravin auch zurück? Dravin ist tot Sein Blut klebt an Waldis Händen Viele haben dergleichen vermutet Das Elbenherz spürt vieles dieser Art Es wird seiner wohl gedacht werden Dieses Spiel mit den Allianzen ist schrecklich Ein Fehler Und schon geschehen die schlimmsten Grausamkeiten Ja, ich Ich sehe das, weil das hier war Warum hat er uns dies angetan? Das heißt, wenn wir ihn nie wirklich unterstützten Haben doch viele der Unsrigen in seine Herren gedient Die Zeiten haben sich geändert, Kind Ihr wart so lange fort, um es zu erleben Aber unsere Rolle in diesem Krieg ist nunmehr klein Einst suchte Waldis unseren Rat Nun ist er zu weit gegangen Die Macht des Schwertes verzehrte ihn Seinen Verstand und seine Seele Die Bande sind zertrennt Nie wieder kommen die Elben den Wünschen eines wahnsinnigen Nahen Aus welchem Grund hat er uns dieses Unheil angetan? Weil nun findet bei Waldis nicht länger Gehör Er verlangte die Reliquie, die wir seit Generationen in unserem Schrein bewahren Selbst wenn er seine Stimme mit der Höflichkeit von einst erhoben hätte Hätte ich sie ihm nicht gegeben Doch es war ohne Bedeutung Denn die Prinzessin hatte sie ihm bereits mitgenommen Äh, bitte was? Prinzessin Evangelin selbst war hier? Der Schrein unter eurem Heim? Ich... Ich dachte, jener Ort enthielte nur Dinge von erinnerungswert andenken an eine längst vergangene Zeit So ist es, Kind Ihr habt sie nur um wenige Tage verfehlt Es gab eine wertvolle Reliquie Wertvoller als alles Gold in Waldis Tempeln Jetzt, da sie fort ist Kann ich euch sagen, dass unser Schrein die Ägis des Todes enthielt Hier? In unserer Stadt? Dann habt ihr von diesem Artefakt gehört? Ja, ich habe etwas gehört, das so genannt wird Jetzt mal überlegen, die Triaten auf der Insel Grelin Hatten die Ägis des Lebens Hier die Ägis des Todes Die Ägis sind Objekte großer Macht Die Prinzessin bat uns inständig, das Unserige herauszugeben Sie wollte es in Sicherheit nach Schneebachheim bringen, wo die gesamte Garnison es bewacht Dort schlägt das Herz des Widerstandes gegen Waldis Truppen Die Ägis gibt ihnen vielleicht die Macht, seine Schreckensarmee zu vernichten Ich konnte ihr das nicht ausschlagen Ich verstehe Ihr gab sie ihr, doch um welchen Preis? Der Ort blieb schutzlos zurück, Waldes Zorn ausgesetzt In diesem Krieg geht es um mehr als um die Sicherheit einer Kleinstadt Die Prinzessin und ihre Leibgarde verließen uns mit der Ägis vor drei Tagen Ihr Staurer steh uns bei Was hält Waldis davon ab, einfach ihre Karawane zu ihr überfallen? Sie sind in Sicherheit, vorerst Ihr Aufenthaltsort wird durch einen Nebel vertuscht Den nicht einmal Amren durchdringen kann Und auch wenn Waldis zur Burg reist Wird er doch einen anderen Weg nehmen Ihre Hoheit wollte die alten Pfade nehmen durch die Wälder Dennoch fürchte ich, dass die Ägis schon bald wieder in Gefahr ist Waldis wird sie nicht bekommen Ich werde der Karawane folgen und sicherstellen, dass sie ihr Ziel erreicht Wie ich sehe, bewegen euch nicht mehr nur eure Wünsche Ich bin stolz auf euch Anscheinend hat sich nicht nur dieser Ort verändert Welchen Weg wählte die Prinzessin? Ich werde ihr sofort folgen Sie nahm den Weg nach Süden, über die Brücke Leider ist von der Brücke nicht mehr viel übrig Wir waren kaum in der Lage, das Feuer davon abzuhalten Die Stadt zu vernichten Diese Flammen löscht kein einfaches Wasser, fürchte ich Lebt Finala noch in Amanlu? Vielleicht könnte sie sich um die Reparatur der Brücke kümmern? Sie war immer einer der Ersten, wenn es um solche Dinge ging Ja, sie lebt noch immer hier Finala könnte sich um diese Aufgabe kümmern Doch sie ist schon beschäftigt Sie beabsichtigt, zu den Elendlu-Inseln zu heißen Sie möchte dort das Elbenprisma aktivieren, um so die Stadt zu retten Äh... Das Elbenprisma? Ich war als Kind auf den Inseln, doch ich verstand nie, wozu das Prisma diente Das Prisma der Elben wurde von unseren Vorfahren geschaffen Ist Teru selbst erfüllt es mit seiner Energie Es sollte nur in Zeiten größter Not eingesetzt werden Denn seine Macht wird für lange Zeit nach seinen heilenden Regeln geschwächt sein Ich werde verhindern, dass Waldes noch mehr Schaden anrichtet Vielleicht kann ich selbst das Prisma aktivieren und Finala so überzeugen, stattdessen die Brücke zu reparieren Ich muss der Karawane folgen Ihr habt meinen Segen Ich lasse das Nordtor für euch öffnen Noch etwas, Kind Ihr solltet bei Dreven zu Hause vorbeisehen Seine Schwester Drian Juhl erhielt einen Brief von ihm vor einigen Monden Er ist an euch gerichtet Ein Brief? Ist Taurer sei mit euch Sputet euch Die Zeit verrinnt Und wir haben jetzt auch den Aktivierungsstein, den Teleporter für Amanlu Heißt, wir können mit dem Teleporter nach Amanlu Der Älteste schien überrascht, dich zu sehen Als ich fortging, sagte ich, ich würde nie zurückkehren Ich schätze, du hattest den Muff in dieser Stadt satt Sowas in der Art Das Gefühl kenne ich Es sind eher andere Beweggründe, die erfährt man eigentlich, glaube ich Äh, wenn man Amren und Lothar mit dabei hat Gut, dann besuchen wir noch, ähm Ja, Dreven Schwester Oh, ich glaube, das wird auch eine fast genauso lange Konversation Erstmal schön umrunden Und danach werde ich mich neu ausrüsten Und dann mal schauen Vielleicht mache ich entweder Schluss oder wir gehen noch die eine Nebenquest aus Akt 1 an Hast du etwas gefunden, woraus man einen Knopf für den Stab machen könnte? Die Erinnerung daran verblasst mit jeder Stunde, die vergeht Ich glaube ja, schau, was ich gefunden habe Hm, du scheinst keine Reagenzien zu haben Aber danke, dass du gesucht Achso, okay Äh Entschuldigung, das war der falsche Eingang Ich dachte gerade schon Gut, was habe ich hier? Ach, Aktivierungsstein, okay Finale und die zerstörte Brücke für Stufe 19 So, hier Da bin ich richtig So, Elad Es freut mich, dich wiederzusehen Leider ist dies ein so finsterer Tag Dass deine Rückkehr ihn nicht zu erhellen vermag Sei mir gegrüßt, Trian Juhl Ich, ähm Bring eine traurige Kunde Ja Ich fragte mich schon, weshalb mein Bruder nicht mit dir zurückkehrte Erzähl mir doch bitte, was ihm wieder fuhr Draven schlug sich wacker, doch er wurde verwundet Und Waldes verriet ihn Und das war sein Tod Ich habe es schon geahnt Mein Herz trauerte schon um ihn, bevor du mir diese Nachricht brachtest Mein Bruder war ein Soldat Und suchte den Tod auf dem Schlachtfeld Ich trauere Da er ihn nun gefunden hat Doch sein Tod macht die Kunde, die ich für dich habe, nur noch bitterer Kunde? Sag es mir, kleine Schwester Waldes Zorn hat nicht nur meinen lieben Bruder von deiner Seite gerissen Deine Familie bekam seinen Wahn zu spüren Was heißt das? Wo ist meine Familie? Als Waldes Amalou angriff, waren sie Sie haben die ruhigen Gewässer zu den leuchtenden Gestaden überquert Ich fühle mit dir Oh mein Herz Wenn ich deine Trauer doch nur lindern könnte Das war's dann Der Weg ist klar Nein, bitte Das ist zu viel Ich kann dich nicht auch noch verlieren Bitte Bei der Gnade Xerias Bei den Feuern ist Tauras Bei allem, was gut und heilig ist Waldes wird sterben Bald Durch mich und niemand sonst Ich schwöre das beim Blut in meiner Familie Dass diese Erde rot färbte Vergiss nicht, dass du hier Freunde hast, die mit dir trauern Wenn auch weniger laut Ich liebe dich, kleine Schwester Du siehst mich wieder Das verspreche ich Versprich nicht, was du vielleicht nicht einhalten kannst, Melonamin Für diese Narretai kann ich dir nicht meinen Segen geben Doch etwas anderes schon Ich Ich erhielt einen Brief Drewins vor Waldes Angriff Er ist an dich adressiert Äh, ich? Aber ich war bei ihm Warum sollte er mir einen Brief schreiben? Ich habe ihn nicht gelesen, also weiß ich es nicht Vielleicht ahnte er, dass ihm nicht viel Zeit blieb Hier ist jedenfalls der Brief Danke Bitte weine nicht Drea Wenn ich dich das nächste Mal sehe, werde ich Waldes Kopf auf einem Speer tragen Brief von Draven Erhalten Trauere nicht Wenn du diese Zeilen liest, bin ich tot und du bist zurück in Amalou Der Gedanke macht mir das sehr schwer, wenn auch nur deshalb, weil ich dir nicht mehr zur Seite stehen kann Ich vermute, dass dein eigenes Abenteuer gerade erst beginnt Die Zeilen haben sich geändert Nichts ist mehr wie es war und es wird dir schwer fallen, standhaft zu bleiben Ich habe es nicht vermocht Ich weiß jedoch, dass du tun wirst, was das Schicksal von dir fordern wird Ich hoffe, dass du das Amulett noch hast, das ich dir einst gab Du musst es mit deinem Leben schützen Es ist mehr als nur ein Glücksbringer Lass den Mut nicht sinken Überbringe meine besten Wünsche an deine Familie Meine Familie hat bereits Nachricht von mir erhalten Draven In einem fahrenden Wagen Hm Auf jeden Fall fehlt hier immer noch was Moment mal Ist da jetzt entweder eine Tür Ach, okay, war nur eine Tür Ich dachte, hier wäre irgendwie ein Hebel, ein Schalter Nö, okay Gut, dann einmal neu ausrüsten, bitte Denn hier, wie man sieht, gibt es ja neue Waffen Stärken, äh, oder neuere Ausrüstung, besser gesagt Wir alle haben Angehörige an diesen verfluchten Schurken verloren Mein A-Star wird nie wieder die Morgensonne über den Hügeln aufgehen sehen Ich verkaufe euch, was noch übrig ist Ein perfekt tariertes Schwert Kann den Kummer vergessen machen Wenn auch nur kurz Ich danke euch Ich werde mich umsehen So, neue Waffen 15 bis 25 Jo, nehm ich doch 21 bis 118 Schaden Yeah Moment mal Ach, wie gut Dann kriegt doch hier Lothar Einen Hammer So, schön Dero Nein So Dero Burgen 13 22 23 39 Okay Ist recht Neu sortieren Neu sortieren Neu sortieren Oh, halt Waffe verkaufen So Gruß euch Ich fürchte, dass ein Großteil der Stadt nun in den Tiefen dieses Kraters liegt Wie ihr sehen könnt, wurde mein Laden beinahe auch zerstört Aber ihr könnt euch gerne das ansehen, was mir noch verblieben ist Ich danke euch Ich werde mich umsehen So Und, äh Neue Rüstungen gibt es ja auch noch So, jetzt aber ist es richtig Gut, schauen wir mal Tars Oh, 27 Äh, ne, vergiss es Dachte gerade schon 24 Ne, vergiss es 20 Ja, also Lothar 20 Kriegsbeschlagen Panzerhandschuhe Alter, Lothar, der Megatank Schaut euch mal die Rüstung an 131, aber macht kaum Schaden Lederstiefel Achso, okay Ja, dann braucht er Panzerstiefel Dero Ach, Elpenhelm, stimmt ja Du bist ja noch Auf der Schiene Also mit Elpenrüstung Ta, ja gut Die wird auch brauchen Sehr schön Hm, Raven Okay, ein Hund wahrscheinlich Auf jeden Fall haben wir jetzt Einen Haufen Nebenquests angenommen Und so weiter Haben vieles erfahren Und jetzt aber Erstmal Von Amalou Nach Airolan Mal sehen, ob es jetzt auch In Stadt Airolan Neue Sachen gibt Manchmal Manchmal Ist dem so Manchmal Wenn sie So Schauen wir mal 2339 Ne, so weit Das war nicht Oh stimmt Ich hab mit Lothar Vergessen die Rüstungen Mit dem Schild Durchzuschauen Und hier Ja, 50 18 44 18 Lothar Äh Dero Hat hier nur blau Hellblau Blau Aber am Sitz Ja gut Ja gut Laubs Nee Glück ist es Taa Die hat auch nur hellblaue Sachen Und blaue Sachen Dann hier die Stammesrüstung Kopfschmuck Und am Sitz War es das Lothar Kriegst du schon Neues Schild In der Tat Gut Schauen wir mal Seid gegrüßt Gut Ich geh jetzt nicht jedes Gespräch Hier so blöde durch Irgendwie Aber hier gibt's immer noch Die schwachen Alternativtränke Ganzen Ich kenne Gejt Nöss von blew Im Lothar geht